Wir sind von DAX Print. Unsere Firma macht spezielle Werbe- und Event-Konzepte. Deswegen sind wir heute in der Fashion Week. Wir machen die ganze Idee und die Konzepte für das Branding. Unsere Produkte, die wir heute erstellen, sind die Fotomagnete. Fotomagnete, das ist eine individuelle und innovative Idee in Deutschland. Wir sind die Einzigen, die das machen. Wie funktioniert das? Fotomagnete funktionieren so, dass wir vor Ort mit einem professionellen Fotografen Fotos machen auf dem roten Teppich. Diese werden dann direkt gedruckt vor Ort, kommen dann auf eine Magnetwand, die hier steht und können direkt von den Gästen mitgenommen werden.